Atme tief ein und langsam wieder aus. Tief einatmen und lass den Rauch langsam wieder raus. Mach das noch zweimal. Nehmt ihn in die Seite, nehmt ihn, öffne deine Arme und nehmt ihn. Richte dich dann langsam wieder auf. Nimm noch einen Zug und wechsel auf die andere Seite. Neige dich nach rechts, der linke Arm zieht über dich hinweg. Hohl dich langsam wieder hoch und inhaliere noch einmal tief. Komm von hier in den Vierfüßlerstand. Bring deine rechte Hand an deine linke Außenseite von deiner Wade und schieb die Zigarette nach unten zu deiner Ferse. Und wechsel auf die andere Seite. Und weiter nach unten sinken. Und stell die Hand auf. Wandere mit deinen Füßen zu deinen Händen. Und roll dich langsam nach oben auf. Von hier geht der rechte Fuß nach vorne und du drehst dich in den Krieger 1. Nimm noch einen tiefen Zug, bevor du in den Krieger 2 gehst. Bring den rechten Arm nach vorne und öffne deine Hände. Streck dein vorderes Bein. Wechsel die Zigarette nach links und komm in das gedrehte Dreieck. Hol dich langsam wieder hoch. Der rechte Fuß dreht ein. Nimm noch einen Zug. Geh auf die andere Seite. Krieger 1. Richte dich nach oben auf. Die Hand zieht nach vorne und zu deinem Fuß. Dreh den oberen Arm auf. Wechsel in die andere Hand. Und dann dreh beide Füße ein. Bring sie ein bisschen näher an dich heran. Setz dich einmal tief und platziere die Zigarette in deinem Mund. Setz die Hände vorne auf. Und komm in die Krähe. Komm zurück in den Sitz. Schließe noch einmal deine Hände. Namaste.